Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zurück in der Division 2. Ich bekomme immer wieder die Frage, dass mir Leute schreiben oder auf YouTube eben auch Fragen stellen. Charles, ich habe jetzt die Fahndung offen, aber meine ganzen Kontrollpunkte sind eingenommen. Man sieht es auch bei mir auf der Map. Wie bekomme ich die jetzt wieder rot? Wie werden die wieder eingenommen? Es hat hier zwei Lösungswege gegeben. Der erste Lösungsweg, der war, den Schwierigkeitsgrad umzustellen. Also wenn ich jetzt auf heroisch umstelle, dann ändert er es. Und erstens ersetzt man die Stufe 4 und ersetzt sie wieder auf rot. Die zweite Möglichkeit, die ihr aber jetzt habt, und zwar ist hier Kontrollpunkte zurücksetzen. Man sieht es hier rechts unten. Das heißt, ich drücke jetzt einfach zurücksetzen der Kontrollpunkte. Und wenn man sieht, es läuft dann der Timer ab. Und jetzt seht ihr hier meine noch grünen. Und die sind jetzt innerhalb von ein paar Sekunden dann eben wieder auf rot. Er lädt dann einfach die Map neu. Und wie ihr seht, sie sind jetzt einfach wieder auf rot. Und so könnt ihr jetzt dann eben eure Fahndung spielen. Könnt mit eurem Schwierigkeitsgrad weiterspielen, aber er hat jetzt einfach so die ganzen Punkte zurückgesetzt. Ja, ich hoffe, das Video hilft weiter. Ich würde mich um Kommentare, Like, Abon natürlich freuen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.